ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Hm... ...nach die Wälder sind da. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ein übergegneter Wälder, mit den spadiferischen Wäldern, einen Weg zum Wetterwellen. Der Wälder mit dem gigantischen Wälder? Vielleicht... ...ja, das ist... Irgendwie hat er... ...scraped at the door. Mhm. Wer hat die Tür scraped? ...at the door? Somebody was scraping at the door! Hör auf zu gehen, denn ich muss auch gehen. So, Entschuldigung. Hör auf zu gehen, denn du kannst dich genen und einfach weitersprechen. Funktioniert das schon. Wälder, du bist wirklich kalt. Wälder, du bist wirklich kalt. Wälder, du bist der einzige Person in Damantree, nicht in der Parade? Es hat mich gesetzt. Denkt sofort er mir schon voraus. Er ist so... Oh! Ein Schild! Das Schild! Das könnte man theoretisch als Rad verwenden. Na, weil es ist stabil, dann nimm's dir. Ja, nein wir können es garantiert sogar als Rad verwenden. Aber, so wie ich das Spiel kenne... Schauen wir uns noch ein bisschen um. Ich verstehe. Weil wenn wir das jetzt Rad nehmen, triggert das was, dass wir weggehen da. Mhm. Wahrscheinlich. Das und noch eine andere Geschichte. Oder das zum Beispiel. Ein riesiger Lumpenbrot. Oder Käse. Okay, fuck it, ich nehme das Brot. Das Brot ist einfach zu awesome. Ah, ha. I didn't see any reason why that stale bread wouldn't work for a week. Nimm beides mit zu sichern. Ah, wir haben Coins, genau. Das Sign wurde gefragt für Tipps. Und es gab eine Metallplatte, um Coins zu holen. Drei? Man weiß nie, wofür es gut ist. Wir haben jetzt einfach mal das Brot, das wir mitnehmen, bezahlt. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Aber da ist ja keiner da. Bei der Parade. Also bei der Parade, richtig. Mit den Rittern, mit dem kleinen und dem dicken und dem... Achso, ich hätte den Tisch auch mitnehmen können. Echt? Ja. Ja, wäre zumindest auch aus Holz. Ja, aber das Brot ist einfach zu awesome. Boom. Es bleibt doch so schön stabil, wenn es nass wird. Scheiße, ein stale bread, oder? Zählt ein bisschen was aus. Weil es ist stale. Mach mal die Tür wieder zu. Ja, weil wir... Weil wir nett sind. Weil da könnten ja wilde Tiere reinkommen. Ja, anscheinend. Ich meine... Äh... Ah, ein Schnapp. Das ist so geil. Danke, liebe Spieleentwickler. Danke, liebe Spieleentwickler. Ah, herrlich. Wie gut sind sie. Awesome. Genauso muss das sein. Spieleentwickler 101. Ja. Ich liebe es. Ich dachte, das könnte das machen. Aber wir haben wichtiges Tournament-Businesses zu tun. Und ich denke, das wird den Trick machen. Ja. Einfach getroffen. Und Punkt. Oh, scheiße. Hierherlich. Ja. Entschuldigung. Mr. Fancy Cakes. Ja, klar. Mr. Fancy Cakes ist einfach zu geil. Haben die Wachen da einen Absperrband? Ja. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe Mr. Fancy Cakes. Ich meine, das ist so ein wunderschönes Einladen. Ich muss kurz schauen. Man wird nie seinen Nachnamen hören, das ist zu geil. Ja. Der Off-Duty? Das ist so ein wunderschönes Einladen. Das ist so ein wunderschönes Einladen. Und dann können wir mit den Ausgaben weitergehen. Aber ich bin ein wunderschönes Einladen. Wenn du einfach abgeholt hast, ich bin sicher, dass ich ein Weg finden kann. Ahem. Daventry Decree 6645 sagt, dass ein Räuel Guard, als ergeriert, muss nie, als ergeriert, als ergeriert, als ergeriert, als ergeriert ist. Ja. Technisch, Addendum 237a ermöglicht uns, wenn jemand in Strasse und in Need of Assistance ist. Of eine Lebens- oder Death-Nature. Ich stehe korrekt. Und wir wollen nicht eine Repeatung des Rubens-Turnes. Eine tarde Auditionie, aber ist es kaum für Strasse. Sorry, aber wir können nicht unsere Posten. King's Orders. Was sind das? Die Ritter der Bürokratie, oder was? Ja, so ungefähr. Die Typen sind so geil. Wir werden mit dem Spiel noch so viel Spaß haben. Ich glaube auch. Ist das geil. Da könnte man hüpfen, aber da fehlen Steine. Ich schau mal ein bisschen. Ja, look mal heround. Ich könnte mal die Axt mit dem Baum mit dem Bienennest verwenden. Sicher strunzt und dumm ist aber. Hey, du kannst sie rauflocken, die Bienen. Wäre es einfach so Go at me brah zu den Bienensagen. Das ist zu geil. Entrance-Ticket to the tournament. Vielleicht hilft das. Ähm, ja. Hätten wir mal probieren können. Ja, hätt' man mal probieren können. Diese Räume wird dich von dieser verletzten Räume Wird ein Entrance-Ticket beobachten meine Worte? Entschuldigung, aber die Entrance-Ticket wird Platz innerhalb des Theatern. Aaaaah. Bitte sprayt, Alter. Ah, was für ein Pisa. Ok, dann hackt man den Baum um. Ja. Wir werden zwar unheimlich sterben wegen dem Kuchen. Wahrscheinlich. Aber, da kann man nichts machen. Da muss man durch. Und dann schaust du den Baum voll von angere Bösen? Enough, Gwendolyn. Ja, komm, schauen wir mal, was da geht. Ja, komm, schauen wir mal, was da geht. Bleib aus den Räumen. Es ist gefährlich. Was? Schlüssel. Dessertz! Abandoned Post! "...learn how to swim." Sluit. So ist es. Perfekt. Uh oh. Oh okay. Nicht gut. Okay, das nächste Mal bei Couchlips geht es dann weiter mit King's Quest. A night to remember. A night to remember. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Bis zum nächsten Mal.